Wer geht auf A oder geht auf D? Keiner geht auf D. Oder eine LV sollte auf D momentan, glaube ich. Ich lass mal den Heli ab. Geht denn einer auf A? Ich fahr mal auf DELTA. Ja, ich fahr auf A. Ist das live auch gut? Ja, das ist live. Oh, that's nice. Da ist noch einer unten auf Zip. Achso, da kann man reingang. Bist du scheiße. Just say thanks to Bluefish. Dann sollten wir schon auf C nicht gehen. Da ist eine LV auf der Zugrinie. Pass mich mal auf der Brücke runter. Ja, pass auf, da ist ein LV. Guck mal, ob du sie triffst, die Brücke. Bin hat's richtig gemacht. Bluefish vollstes Team. Einfach beim Twinspawn. Gibt's denn mal einen S-Ball darauf? Ja, LV hilft. LV disabled. Ey, Blue, was soll denn das? Ja, fliegt bei einer von euch. Ja, ne. Ja, ne. Ihr könnt euch das krabschen, dass es unter der Brücke ist. Hol das einer, hol das einer. Unter der Brücke. Oh. Ja, 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 wir holen's. Habt das? Ey, der war sogar auf der Karte gespottet, ne? Das ist schön. Oh, Gotthold, ich komm zu B. Das ist irgendwie. Und das gegen Fnatic. Wird eng. Wir haben VAA. Verliehen Alpha. Ach, die darf man ja benutzen, ne? Ja, darf man benutzen, noch keine Regel dafür. Charlie ist upstairs. Dann machen wir es in der Plak. Hier ist jemand in der Track-Range. Auf der Brücke. Oh, dann. Längs. Ich weiß gar nicht, ob ich da hin muss. Oh, weh. APC 2 hittet auf Alpha. Er ist auf der Brücke. Ah, nein, nein. Du hast ihn nicht. APC 3 hitt auf Alpha. Ich bin auf Delta jetzt. Down. APC ist repairing. Noch einer. Direkt am Brückenpfeiler. Ja, Down. Ich rapp nicht mehr, bleib mal hier. Ich hab einen drin. Und er rappt hier? Kommt mit. Oh, er rappt hier. 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 Keine Hektik, keine Hektik. Ja. Ja. Hab ihn. Nice. Er kann dir gar nichts mit dem Ding da. Ich hau ab. Jo. Na, Nightwain aber mit Strong. Willst du fahren? Ja. Okay, von mir aus. Fauen wir mal. L.A.V. Spottet Charlie. Bravo. Ja. L.A.V. Äh, äh, äh. 1. Delta. Point D.A.G. L.A.V. Ich geh gleich auf das L.A.V. was Richtung B steht. Verlieren wir da. Hab doch gerade gesagt dass der Ende mit 20 AP ist. In den Zügen. In den Zügen. Wiesel. Fahre wir uns jetzt hin. Der ist ausgestiegen. Hab den. Hab den. Hab den. Oh fuck. Da ist einer da hinten. Kriegst den. Ah ne. Jetzt nicht. Jetzt ist er hinter. Da ist ein. Die Anti-Air. Ja der. Anti-Air. Ach die. Fuck Anti-Air. Der Programm. Jetzt. Okay. Was war das? Äh. Keine Ahnung. Von überall. Und zwei Infanterie und auf den Berg rechts oben. Ich glaub wir steigen mal aus. Okay. Nein ich hab noch Stamps dabei. Na die Karte ist aber trotzdem mächtig abfuckten muss ich sagen. Ja. So ewig groß. Ich kann sie zwischen A und B zu hin und R fahren. Mhm. Auf den Gleisen. Und sie sind wieder fucken. 5 HP hat drauf. Ah. Weil nur weil ein neues DLC raus ist. Kann man ja einen Cup machen. Aber man muss ja nicht alle Karten spielen die es gibt. Ja. Man wird nur Whiteout gespielt. Welche auch dafür. Whiteout only. Alter hier ruckelt so derbe bei mir. Charlie. So unversichtlich. I can tap and alpha. Koyos ist schon wieder getroppt oder was? Yeah. I'm turning back. Ah. Ah. Every time this is fast. I was, I was on Delta. The game was dead. Okay don´s. Too easy behind you. I'm taking alpha. Also hier kannst du echt jedes mal suicide wenn du da fahren hast. Das dauert einfach zu lange. Mit turbo. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Down. LV going up the hill. Die Anti ist auf Delta. Der ist low. Low, 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 low. Desabled. Der ist weiter. Der ist weiter. RPS. Down. Two more behind the house. One down. Der Typ am Brückenfall hat fast nix mehr. Der ist down. Getraded. Ah, 50 HP oder alpha. Alles in Delta. Bro, wir an der B-Brücke sind wieder neu gespart. Ja, die haben uns unser Tank. Ah, sie haben die APC. Where am? I'm on my way first. I'm on my way first. Nice. I got the LV. Oh, you're too strong. I'm afraid to kill the other LV was coming. Will you use APC or something? Going to C4 on the air. One infantry is coming through the mountain. Ich hab die Tauschung getroppt. Was ist denn das überhaupt? Gedudged. Die haben eine AA mehr als wir, oder was? Nein, die sind auf C. Nein, die spornt auf D. Die auf wen? Auf C. Die C, genau. Da ist INF auf A. So, oder? Wo ich gerade verreckt bin. Ich hab einen auf C. Die ist frei. Transport hit mit der Tau. Oh, steigen wir vom Quad runter? Genau. Too easy. Too easy. Alles super. Du kannst ja überhaupt keinen Grund kriegen auf der Karte. Du kannst ja überhaupt keinen Grund kriegen auf der Karte. Ja. Be shot Delta aus. Brauchst du Hilfe? Nee. Ey, du, du, ich hab hier den Ansicht nach Ansport geklärt. L.A.B ist shooting B. du mal oder auch nicht aber der lebt die schlechte ich kann jetzt übernehmen okay übernehmen es gibt noch eine infanterie anfloss vor dem erler fahrer ja das ding ist ja noch zu infanteristen von berg von hinter uns bei uns geradeaus jetzt das ist der schütze geradeaus gesehen okay das ist jetzt in dem anderen haus einer müssen wir aus dem hedi raus springen wir brauchen den lg fahrer wo ist das lh fahrer lag mich mal fliegt mal rüber bitte direkt nach vorne ein bisschen oder wiesel bist du schon da passt schon passt schon ich glaube es ist ein infanterie irgendwo ah hier ist der abgeräusch wie mädchen er ist ein flag er ist ein flag oh rechts unten ist ein ein anti er von mir ich helfe dir gleich der ist da unten er ist da unten nein da ist noch einer für uns immer noch im stein ok stein da erst zwei schütze für uns der ist da ich halte einfach die ganze zeit den heli am nehmen das ding ist total geil da ist noch ein infanter scheiße ah schade ich habe nur 40 ich habe den ich mache eine die drücke und spottet über die brücke 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 ich habe keine ammo die brücke und eine infanterie ist bereits in bravo und eine infanterie ist bereits in bravo ich gehe mal auf charlie ich gehe mal auf charlie ich komme ich habe eine infanterie bravo und die brücke ich habe noch gar nicht oh da ist einer äh jemand tackt mich 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 warte warte ich rumlaufe den nein der hat nicht gebraucht ich brauche auf der weg und ähm Iggy got a wrap he got a wrap but 50 damage oh hier kannst du ziehen der ist doch nicht im burn APC da Scheiße zwei Männerball ist das unser heli auf dem dach ne ne stopp wo schau mal den wir haben ihn schon die kummel kaputt oder was kummel komm mal zu mir damit ich safe ja bleib du einfach da die heli sind da ich brauche mal einen sporten auf dem transportele ja komm mal bei mir runter wenn du mich mitnimmst ich scorn bei dir einer B-Berg gespottet kurz den transportwerk leder der ist äh auf der anderen Seite hier ist auf D hier ist auf D im Köppen 2 B-Berg wo ist der? hier aber bitte mal spoten bei B geradeaus müsste der transport sein wieso hast du den schon abgeschlossen? ne der steht noch äh der steht auf D 3 Bravo Berg ach hier direkt da unter lass ihn mal klaun ja i saw one ja äh lass den einfach komplett nehmen das ist 3 auf ja dann zerstör mal unseren bitte äh Wiese mach mal dann aus der Luft mach mal aus der Luft raus ja ok das ist der ist noch was ja oh nehm zu nein nein was alles klar alles klar so jetzt müssen wir kurz komm jetzt Charlie von Brau wir stören ja wir schieß mal den Edi dann platt ja ok da wollen wir mal einer auf der anderen Seite ja ich weiß ich hörte ihn ja nein auf 3 unten sind wir schon ja da kommt zwei zum Eingang zwei zum Eingang eine ist knappe ich komme zurück Charlie ok wir können nicht viel machen gehen wir lieber nach B äh 3 mehr Charlie ist viel dann können wir haben wir haben go Charlie dann haben wir die Anti-Air jup ok alles ich gebe eh da ist noch einer da ist noch einer da ist noch einer da ist noch einer da kommen zwei Quad-Bikes warte kurz da vorsichtig von links von links von links ohja ho alter Scheide der hat mich rausgeschossen ich guck mal dass ich den Edi hier wieder wegkriege wir stehen echt scheiße ok läuft doch ach so jetzt können wir erstmal gleich fahren das Ding müssen wir uns echt holen dann im Match den Gegner Heli da ist nix mehr mit schnell droppen irgendwo ja vor allem bei dieser Matt ja wie kommt aus der Base ok versuche ich abzufangen Boot Boot Boat Boat Lippt der Heli ne let's get full back ach schade 2 in the base waters 1 is near to me spot it pushing you down I can repair you weasel 2 down ok nice yeah 2 elev 2 elev bravo brauchen wir uns C dafür ja C haben wir ok dann redeploy ciao APC disabled go go unser Heli RPG on the way aber sowas global messed up ja yo genau 40 ist schon gespottet ne APC hit using Charlie eh falling back down 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 push bravo eh eh ich fuß da at least 2 on Charlie 1 down chill i want my way curse es gefällt mir die Map hier wird Standard wir müssen genauso wie Taktik und für die wir müssen genauso wie Taktik und für die Fili amat ne i don't know pass auf Esra wieder HILI UP HILI UP HILI UP HILI UP HILI UP an der anderen Seite i won't spot it i won't spot it won't spot it there are 2 behind me behind me behind me oh der haben wir maybe got the oh frey guide nicht komplett kaputt ok egal lass die ruhig da abstimmen ja stimmt das ist besser Esra kommt Esra turbo ja nice 3 guys at least und bravo er läuft jetzt ewigkeiten ey lass ihn ruhig nach oben ja die schießen Esra aus auf uns egal hat er was zu tun da ist einer unter B unter uns direkt Esra direkt unter uns pass auf ich block B ok mach mal so kalt Deck vor uns 2 ja der einer down ja ich fülle mir den Geld von hinten weiter down ne einer ist noch hinter uns pass auf müsste jetzt schießen links unten im Fluss zwei Mann ja die sind da ist ein LRV transporten müssen ja ne doch nicht ist down sorry da ist noch ein LRV außer base ich helfe beim LRV ich helfe beim LRV ich helfe beim LRV ich helfe beim LRV Darl is playing with ZBF von Tome oh und du hast eine 5 ja 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 du hast eine 5 LRV ist mit die LRV ich helfe beim LRV und du hast eine 5 im Fluss und noch auf B was war ich schon direkt am Pöller einer am rückenden Pöller ja ich habe keinen Winkel ok LRV he jumped down er fischen die ähm LRV LRV pack noch mehr gespanned auf B auch wieder am Pfeiler LRV ja linker Pfeiler LRV down zwischen den Containern am linken Pfeiler da fährt ein Boot durch äh kannst du Transport Chopper mir mal nen Hit äh nen Hit geben Transport Chopper kannst du mich mal äh anhauen weil ich schick fest ja ich muss noch wo schließt du denn auf Charlie frei unter der Brücke nice ah lol was was ey das Spiel sorry das Ding ist geil hier das Ding ist da sind drei Rohm auf dem Berg das Ding ist OP das Ding ist OP oh die Möpfen fällt die beiden gefallen die beiden gefallen ja okay oh Baby at Ripple wagequit too easy wagequit mhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhm